Moin moin und herzlich willkommen zur Ankündigung der ProjectCast Community Season Nummer 2 Und ja, Freitag, 18 Uhr, diesen Freitag der kommt, da geht's los Und die Regeln werden dieselben sein wie in der ersten Season Es werden andere Strecken vorkommen und eine andere Klasse Welche Klasse das sein wird und welche Strecken, das verrate ich euch noch nicht Weil ich mir da selber noch nicht so ganz sicher bin Aber ich werde schon was Gutes raussuchen, ja Die man, ja, Fahrzeuge, die man gut fahren kann Und die auch allgemein beliebt sind Denkt man, das wird nicht so schwer sein Ähm, ja, mehr gibt's eigentlich nicht zu sagen Wie gesagt, die Regeln sind dieselben Und, ähm, ja, wenn ihr euch nochmal alles exakt reinziehen wollt Könnt ihr euch die allererste Folge, also die Ankündigung zur Season 1 mal anhören Da ist eigentlich alles Wichtige, ähm, erwähnt worden Und wenn ihr Punkte haben wollt, ne, wenn ihr, wenn ihr in der Tabelle erwähnt werden wollt Dann müsst ihr euch bei mir melden Oder bei Doc oder bei Cinnamon Je nachdem, ob sie auch mitmachen, weil die einmal Gerage quittet in den letzten Season Ähm, aber Macht mal erstmal vorsorglich erstmal nur bei mir Ähm, dann Dann meldet ihr euch bei mir mit eurem richtigen Steam-Namen Naja, also Ihr könnt ihn ja auch immer wechseln Ihr kennt diesen Pseudonym Aber den müsst ihr euch Ihr müsst euch auf einen einigen Damit ich auch immer weiß, zu wem die Punkte immer gehören Weil wenn ihr ständig die Namen ändert, ja, dann weiß ich immer nie, wer ihr seid Und Da sagt er, ja, ich heiße zum Beispiel Thaddeus Ja, und jedes Mal, wenn der Thaddeus mitfährt Dann kriegt er eben die erfahrenen Punkte So, und dann trage ich die ein Und dann könnt ihr euch die am Ende des Videos dann immer reinziehen Ja, das ist so das Wichtigste Und das war's auch schon für eine Adkündigung Mehr brauche ich nicht sagen Wenn ihr Fragen habt, meldet euch bei mir So, das war's Haut rein und bis Freitag 18 Uhr